Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Pulsoximeter PO200 Solo von Pudelox. Ja, den Puls im Auge behalten, das ist für viele Leute, die Acht auf ihre Gesundheit geben, durchaus eine wichtige Sache. Hier kann man das, wie ich finde, auf relativ angenehme und auch ziemlich preiswerte Art und Weise machen. Das Amazon-Angebot zum Pulsoximeter aus dem Hause Pudelox werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Es gibt viele gute Gründe, den Puls regelmäßig zu messen. Manchen Leuten wird das auch direkt vom Arzt empfohlen. Hier ist das, wie ich finde, eine angenehme und in meinen Augen preiswerte Gelegenheit dafür. Das muss natürlich im Endeffekt jeder selber beurteilen, wie viel er dafür ausgeben möchte, gar keine Frage. Wir können uns ein paar Eigenschaften zum Pulsoximeter PO200 Solo auch gerne noch genauer anschauen. Zuverlässige Messung von Sauerstoffsättigung und Pulsrate. Kompaktes Pulsoximeter-Design. Klare, 90 Grad automatisch drehbare OLED-Anzeige mit großen, gut ablesbaren Zahlen. Darstellung des Puls als Welle und Balken. Sauerstoffmessgerät mit vier verschiedenen Anzeigemodi und fünf einstellbaren Helligkeitsstufen. Bequeme und einfache Messung direkt am Finger. Wie ich finde, wird hier mit diesem kleinen, aber feinen Gadget die Messung von Puls- und Sauerstoffsättigung sehr angenehm gestaltet. Ich bin der Ansicht, dass hier wirklich Wert darauf gelegt worden ist, dem Kunden ein zufriedenstellendes Gefühl und auch viele praktische Funktionen mit auf den Weg zu geben. Vor allem die großen, gut ablesbaren Zahlen sind natürlich sehr wichtig, da man nicht selten, vor allem im Alter, öfter damit anfängt, den Puls im Blick zu halten. Und wenn man dann die Zahlen genau und problemlos ablesen kann, ist das, wie ich finde, ein großer Vorteil. Preislich, finde ich, ist dieses Pulsoximeter ein faires Angebot. Das ist aber auch nur meine Einschätzung. Also mach dir auf jeden Fall noch dein eigenes Bild zu diesem Puls-Oximeter aus dem Hause Pulox. Genau, denn es kann ja jeder selbst entscheiden, was er für Messungen von Puls- und Sauerstoffsättigung eben bevorzugt. Also schau mal, was dir da am besten passt. Ich finde, das ist ein super nützliches Gadget, was für eine angenehme Puls- und Sauerstoffsättigungsmessung sorgen kann. Gefällt mir echt gut. Das Amazon-Angebot zum Pulsoximeter PO200 Solo von Pulox werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir bei Interesse also sehr gerne einmal anschauen. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen und gesunden Tag. Alles Gute, ciao! Vielen Dank!